Du siehst diese Frau vor dir, du kennst sie, du kennst sie noch nicht, völlig egal, du würdest gerne das Richtige sagen, damit sie ganz von dir verzaubert ist. Die Frage ist, was soll ich ihr aber bloß sagen? In dieser Folge geben wir dir einen kompletten Gesprächsleitfaden vom Anfang, vom allerersten initialen Hallo bis zum letzten Augenblick, wo du das Ganze dann zu einem weiteren Date, zu einem weiteren Treffen, vielleicht sogar bei dir oder bei ihr zu Hause fortführen kannst. Die meisten machen das nicht, die meisten wissen nicht, wie sie das Ganze auf die nächste sexuelle, romantische Ebene anheben sollen. Wir sagen dir ganz genau, wie du es vom Hallo zum Flirt, zur tiefen Verbindung, zu tiefen Gesprächen, zum eigentlichen Date-Converse. Diese Folge wird sau, sau gut, mein Lieber. Herzlich willkommen zum Freundin für den Podcast, dem Podcast, um Frauen zu erobern und zu behalten. Mein Name ist Andy Friday, mit dabei unserem Experten für Selbstbewusstsein, Dominik van Aave. Ganz genau. Und das Thema, was wir heute mitgebracht haben, hat so viele Selbstbewusstseinstücken und Hindernisse. Du wirst merken, wie ich hier und da einfach zwischendurch mal reingrätsche und dir erkläre, was gerade bei dir abgeht, warum du glaubst, zum Beispiel die Frauen nicht ansprechen zu können oder warum du glaubst, dass du nicht weißt, was du sagen sollst und was dich wirklich zurückhält. Ja, also Regler aufdrehen, lehn dich zurück, Handy auf stumm schalten, lass dich nicht stören. Ganz genau. Und schreib mit, denn wir geben dir hier wirklich ganz konkrete Beispielsätze und Fragen, die du ebenfalls verwenden kannst. Allerdings solltest du dir die Folge auch komplett anhören, denn wir sagen dir auch ganz genau, wie du sie sagen solltest. Also aufpassen, denn da machen manche auch ganz kritische Fehler. Herzlich willkommen. Das ist das Tolle an einem gut funktionierenden Gesprächsleitfaden. Er funktioniert, egal in welcher Situation. Und dieser darf dir als Leitfaden dienen für die Arbeitskollegin, der du vielleicht schon ein paar Mal gequatscht hast, aber das Ganze nie weiterging. Oder für eine neue Freundin aus dem Bekanntenkreis, die dazugekommen ist und da hast du dich ein wenig in sie verguckt. Oder selbst für die Frau, die du irgendwo im Supermarkt gesehen hast und du einfach mit ihr das Gespräch beginnst. Die Basis ist immer dasselbe. Die Basis besteht aus mehreren Akten, wenn du so willst. Akt 1 ist die Begrüßung. Akt 2 ist der Smalltalk. Das Viben. Das Flirten. Viele denken, das wäre etwas Schlimmes. Und gerade wir Männer mit, wie es hier hinter mir steht, wir Männer mit Tiefe, wir mögen Smalltalk nicht so. Und das ist bei mir auf jeden Fall immer der Fall gewesen. Smalltalk war mir immer ein Dorn im Auge. Aber, als ich dann gelernt habe, was Flirten eigentlich ist, wurde es auf einmal spannend. So, du kannst nämlich Smalltalk ganz entspannt führen, wenn du das Ganze mit einem Flirt wie so Salz und Pfeffer einfach immer wieder beprieselst. Dann macht das Ganze auch mehr Spaß. Der dritte Akt ist die Tiefe oder das eigentliche Kennenlernen. Und damit ist eigentlich schon eine gute Geschichte geschrieben mit jemandem, mit dem du gerade im Gespräch bist. Aber damit das Ganze dann auch weitergeführt werden kann, also zu einem weiteren Gespräch, zu einem Date vielleicht oder zu einem Treffen bei euch oder bei ihr zu Hause, falls ihr jetzt schon auf dem Date wart und das Ganze darf sich intensivieren, dann fehlt natürlich immer noch die Überbrückung. Das heißt, wie kommen wir von, wo wir jetzt gerade sind, zu später. Das kann unterschiedlich aussehen. Wir geben dir gleich einige Beispiele, damit du auch weißt, wie du im Gespräch tatsächlich dann auch mit ihr auf ein Date kommen kannst. Also, wenn ihr euch gerade unterhalten habt zum ersten Mal und du würdest sie gerne kennenlernen, du wärst gerne mal mit ihr auf einem Date, du möchtest sie wiedersehen. Ich weiß ja, dass das öfters ein Problem ist, dass dann die Frau beim nächsten Treffen auf einmal absagt, weil sie das Interesse verloren hat. Das wollen wir hier mit diesem Gesprächsleitfaden jetzt so gut es geht minimieren, damit dir das nicht passiert. Und damit du auch ganz konkret weißt, was du sagen sollst, damit du mit ihr auf ein Date kommen kannst oder sie wiedersehen kannst. Und da geben wir dir zum Schluss dieser Folge einige sehr einprägsame Beispiele, die du direkt anwenden kannst. Ja, es geht los. Also Stifte raus. Genau, Stifte raus. Stifte raus. Wir schreiben am Ende eine Klausur. Und für alle, die sitzen bleiben, die müssen sich den Podcast nochmal anhören. Alle 65 bisherigen Folgen. Das sind etwa 65 Stunden. Gibt Schlimmeres. Ja, es gibt, je nachdem, gibt es Schlimmeres. Gut, mein Lieber, wir fangen an mit dem ersten Akt, also das, womit jedes angenehme, schöne, tiefgründige und auch spaßige, leichtherzige Gespräch beginnen soll. Das ist die Begrüßung. Hallo, Dominik. Moin. Was geht? Damit haben wir schon zwei Elemente, die du gerade gesehen hast oder gehört hast, die dir aber gar nicht so auffallen würden. Was haben wir gerade gemacht? Ich habe gerade begrüßt und habe dann gewahrt. Nix mehr gesagt. Bis Dominik etwas sagen konnte. Und in diesem luftleeren Raum kann Anziehung entstehen. Denn ich warte darauf, dass du den nächsten Impuls gibst. Und genau das ist auch passiert. Und das machen die meisten schon mal. Und das klingt so banal. Ich weiß, aber das machen die meisten schon mal falsch. Weil sie glauben, oje, sobald ich anfange, muss ich wie am laufenden Band, muss ich plappern, 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 plappern. Ja, wie geht es dir heute? Und war der Urlaub auch so angenehm? Oder war das ein bisschen anders bei dem Max da in Sylt? Und so, schon mal ganz viel geplappern. Du musst nicht so viel plappern. Eine Begrüßung ist ganz simpel. Und danach erst mal, das nennen wir Vakuum. Augenkontakt und diesen Unterdruck einfach mal existieren lassen. Dass jetzt gerade niemand etwas sagt und der Ball bei ihr ist. Das ist quasi wie beim Volleyball, so eine schöne, hops, Vorlage, bumm. Und der Ball landet bei ihr. Ja, da brauchst du nicht tausend Bälle die ganze Zeit zu ihr schmeißen. Einer reicht, warte ab, bis er bei ihr angekommen ist. Und das ist ja auch vom Mindset her, von der Erwartungshaltung, die ich habe, die viele Männer dann haben, wenn sie sagen, ja, Frauen ignorieren mich die ganze Zeit. Oder Frauen ignorieren mich, wenn ich sie begrüße. So, ich komme gar nicht darüber hinaus, irgendwie über die Begrüßung, weil die Frau oft nichts sagt. Dann erst mal bist du halt in der Erwartungshaltung, dass etwas zurückkommt. Statt, so wie du jetzt, Andi, gerade gesagt hast, einfach Hallo in den Raum zu sagen. Und einfach zu warten, nicht zu erwarten. Das ist mehr eine Einladung. Und wenn die andere Person sie nicht annimmt, die Einladung, dann ist das so. Dann ist das okay. Es ist, wenn du ignoriert werden kannst, also wenn in deiner Wahrnehmung besteht, ich muss etwas tun, ich muss sie begrüßen, und dann besteht die, dann besteht das Potenzial, dass sie mich ignoriert, dann wirst du das sehr wahrscheinlich auch sehen und bemerken und auch bekommen. Wenn du aber einfach nur Hallo sagst und wartest, statt zu erwarten, dann wirst du das auch nicht so als, ja, als ignorieren wahrnehmen können. Punkt. Ja, das ist auf der Mindset-Ebene ganz, ganz wichtig. Völlig egal, welche Reaktion du bekommst, da sind wir wieder bei der Geber-Energie. Ja, Geber-Metalität. Der Mann, der gibt aus ganzem Herzen, weil er so viel Liebe in sich hat, er braucht keine Angst haben, dass er irgendwann mal zu viel gegeben hat, weil er hat unendlich viel Liebe zu geben. Ja. Und deswegen ist dann auch dein Hallo, Menschen sparen sich das so auf, ich kann nur jemanden begrüßen, ich kann nur Hallo sagen, wenn es mir wirklich etwas bedeutet, ich kann nur ein Kompliment geben, wenn es wirklich, wirklich, wirklich hundert Prozent, tausendmal abgeklärt mit meinem Gewissen, dass es auf jeden Fall ernst gemeint ist, nur dann kann ich ein Gespräch eröffnen. Also, das ist so ein knausriges, geizhälserisches Umklammern von deinem kostbaren Gut, was da deine Güte ist. Also, nee, mein Lieber, als richtiger Geber, als gütiger König hast du so viel zu geben, wie du nur hast und das ist unendlich viel. Da brauchst du keine Angst machen oder keine Sorgen haben, dass das dann irgendwie falsch ankommt, weil es kommt nur dann falsch an, wenn du es so siehst, wenn du die Entscheidung triffst, dass du unsicher bist, unselbstbewusst und dass du etwas verlieren könntest, wenn du X machst, wenn du jemanden ansprichst, zum Beispiel. Auf der technischen Seite wollen wir dir hier auch einfach mal ein Feedback geben, was wir immer wieder sehen, was allerdings einfach leicht zu beheben ist und das ist die Lautstärke. Wenn du jemandem Hallo sagst und du wirst öfters ignoriert, dann heißt das oft nicht mal, dass sie dich ignorieren wollten, sondern einfach, dass sie dich nicht gehört haben. Ja. Und das lässt sich leicht beheben. Ja. Indem du einfach übst, lauter zu sprechen. Oder es war entsprechend, genau, übst, lauter zu sprechen. Oder es war entsprechend so ungerichtet, unzielgerichtet auf sie, dass sie gar nicht daran gedacht hat, dass du sie meinen könntest. Es ist ein Unterschied, ob ich einfach in den Raum einfach Hallo sage oder Hi. Es ist ein Unterschied. Da ist natürlich jetzt auch die Lautstärke dabei gewesen, aber es ist auch eine zielgerichtete, die Stimme ist zielgerichtet gewesen an der Stelle. Die ganze Energie, die fokussiert sich dann auf jemanden. Das ist wie wenn, vielleicht hast du schon mal solche Videos gesehen oder du warst selber mal in einer Notsituation, wo jemand verletzt auf dem Boden liegt und es wird ein Krankenwagen gebraucht oder die Polizei muss gerufen werden. Das ist immer ziemlich erstaunlich, wie Menschen es immer noch nicht verstanden haben, obwohl das in jedem Erste-Hilfe-Kurs beigebracht wird, dass du spezifische Menschen anvisierend ansprechen musst, was sie zu tun haben. Du, hol dein Handy raus, ruf den Notarzt. Und nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, irgendjemand, ruft mal den Notarzt. Dann macht das keiner. Das ist nicht zielgerichtet. Am besten noch mit dem Handy weiter drauf filmen und sagen, irgendjemand sollte mal den Notarzt rufen. Dann macht das keiner. Sprich die Leute ganz direkt an mit deiner ganzen offenen Energie, geh auf sie zu und begrüße sie. Natürlich können wir dort noch ganz viele Beispiele geben dafür, wie du dann den Einstieg so smooth machst, dass das Ganze natürlich auch mit noch mehr Erfolg gekrönt ist. Aber die Wahrheit ist, das ist Übungssache. Und das ist halt, was wir im Coaching machen. Wir helfen dir halt in kürzester Zeit die richtigen Erkenntnisse durch Übungen zu erlangen, sodass du eben für dich selber diesen Skill so schnell wie möglich erarbeitest. Mehr ist das nicht. Aber im Endeffekt brauchst du einfach nur ganz viel Erfahrungen sammeln. Also genier dich nicht und leg drauf los. Begrüß mal mehr Menschen. So, als nächstes hat... Ich möchte gerade noch einen Punkt hinzufügen, tatsächlich. Denn viele Männer, die das Problem haben, dass Frauen sie nicht wahrnehmen, dass Frauen sie ignorieren oder, 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 die kommen von einem Punkt, die gerade auch einfach so sehr schüchtern sind. Das ist für die nicht natürlich, fremde Menschen und besonders Frauen auf der Straße anzusprechen. Das ist völlig okay. Hier sind aber so dann quasi zwei Esel in dir, die Tau ziehen. Und der eine Esel will in die eine Richtung, der andere Esel in die andere Richtung. Und die ziehen gleichzeitig an diesem Strang, an diesem Tau. Der eine Esel möchte gerne sie ansprechen und der andere Esel möchte nicht gesehen werden. Und wofür du dich halt entscheidest, der Esel gewinnt dann entsprechend. Aber du musst dich halt auch entsprechend entscheiden. Beziehungsweise, wenn du dich nicht für den Esel entscheidest, der sie ansprechen möchte, dann entscheidest du dich automatisch für den, der nicht gesehen werden will, der nicht gehört werden will. Und damit senkst du dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen und hoffst damit im Prinzip eher... Also du überwindest dich, aber nicht komplett, nicht 100% überwindest du dich, sondern du versuchst es, sie anzusprechen. Und wir wissen schon seit Yoda, do or do not, there is no try. Also versuch es, nee, mach es oder mach es nicht. Es gibt kein Versuchen. Wenn du dann entsprechend einfach nur versuchst, sie anzusprechen, dann wird deine Energie gar nicht komplett da sein. Und es wird dann dazu führen, dass du sie halt entsprechend mit viel weniger Aufwand, viel weniger Energie ansprichst, sie dich gar nicht wahrnehmen kann. Und das erinnert mich immer so, so eine Situation, diese Art von Situation erinnert mich immer an ein Ausstatt aus einem Helge Schneider Film, so heißt der Jazz Club. Falls du ihn gesehen hast, dann weißt du, weißt du, wovon ich spreche. Er ist da ein Zeitungsverteiler und muss in der Nacht los und es fängt dann an zu regnen und er hat dann alle Zeitungen verteilt und kommt dann wieder nach Hause, hat aber seinen Schlüssel vergessen und seine Frau liegt oben im Bett. Und er kommt natürlich dann nicht in sein Haus rein und drückt dann auf die Klingel. Und er sagt dann, hoffentlich wird sie davon nicht wach. Und das ist natürlich ein Joke. Also es ist eine sehr witzige Situation, wenn du den Film gesehen hast und auf dem du humorstehst, dann weißt du, wovon ich spreche. Aber genau dieses Klingeln, auf die Klingel drücken und hoffen, dass die andere Person nicht gestört wird durch das Klingeln, also quasi sagen, ich bin hier und damit gleichzeitig hoffen, dass die andere Person nicht gestört wird durch unsere Anwesenheit, ist genau das, was wir dann machen, wenn wir es nur versuchen, sie anzusprechen. Wenn wir dann kurz davor sind, Hallo zu sagen, aber dann unsere Stimme wieder zurückrutscht oder wir sie zurückrutschen lassen zu einem Hi, zu einem sehr unsicheren Hi, zu einem unsicheren Hallo und damit dann genau das bekommen, was wir ja, wovor wir Angst haben, nämlich, dass wir ignoriert werden und dass wir dann wieder nicht gut genug sind. Ja, und der Schmerz, der sorgt in den meisten Fällen dafür, dass dann Männer es überhaupt nicht nochmal ein zweites Mal versuchen. Und da appelliere ich wirklich jetzt mal, wenn du hier in der Podcast-Folge gelandet bist, dann willst du ja was anderes für dein Leben. Du willst eine Verbesserung. Also es ist an der Zeit, diese alten Geschichten und diese alte Version von dir selber beiseite zu legen. Du darfst jetzt wachsen und zu einem neuen Mann empor kommen. Die zweite Möglichkeit einer Begrüßung, die hat gerade Dominik gebracht, als ich Hallo gesagt habe. Er hat gesagt, was hast du gesagt? Du hast gesagt, moin, was geht? Moin, was geht? Genau, was geht. Ganz viele unterschiedliche Sachen stecken da drin, die auch Flirtelemente sind. Also, moin ist ein regionaler Dialekt. Er hat ihn aber mit einer Inflektion in der Stimme so gesagt, dass er das moin schön langgezogen hat. Das ist emotional wertvoll. Das ist spannender, emotional interessanter. interessanter. Das heißt, da kommen uns Änderungen wach oder wir fühlen uns versetzt in diese Region. Wir können direkt einen Hauch von Rollenspiel injizieren in die Interaktion. Das heißt, ich kann dann zurück moin antworten. Wenn er gesagt hätte, grüß Gott, dann hätte ich vielleicht auch grüß Gott zurückgeantwortet. Das bringt direkt ein kleines Rollenspiel mit rein, was ein Flirt ist. Super. Und dann das Zweite, was geht. Ich habe mich vor 20, 15 Jahren extrem dagegen gesträubt, solche in Anführungsstrichen coolen Floskeln zu verwenden, die halt immer die coolen in Anführungsstrichen verwendet haben. auch als ich gehört habe, dass gerade Schule, Uni, wenn ich das so am Rande mitbekommen habe, dass dann die beliebten Kerle die Frauen begrüßt haben mit Hallo Hübsche, na Süße, na wie geht's? Habe ich immer gedacht, boah, das ist so schmierig, das kann ich nicht. Süße, Hübsche, was soll das? Die fühlt sich doch überhaupt nicht gewertschätzt. Da fühlt sie sich doch überhaupt nicht. Das sagt ja doch jeder. Das ist doch schlimm. Und ich lade dich einmal ein, diese These, die du vielleicht auch hast, einmal zu hinterfragen, warum du das glaubst. Denn vielleicht kommst du genauso, wie ich dahinter gekommen bin, dass der Grund, warum ich mich so dagegen gesträubt habe, eine Enttäuschung mit mir selber war. Warum bin ich nicht bei Frauen beliebt? Warum begrüßen mich nicht Frauen mit so einem Strahlen, wie sie ihn hier begrüßen, der das gerade so lockerflockig gesagt hat? Na Süße, wie geht's? Und sie hat ihn mit so einem Strahlen im Auge begrüßt, so ein total breites Lächeln. Dann haben die sich umarmt oder Küsschen links, Küsschen rechts. Warum bekomme ich nicht diese Aufmerksamkeit? Und als Abwehrreaktion, als Antihaltung gegenüber ihm, und wir Menschen sind kuriose Wesen. Wir erzinten dann Gründe, warum das, was wir tun, doch richtig ist. Und aus dieser Abwehrhaltung heraus habe ich mir dann selber eingeredet, naja, ich bin wenigstens nicht so wie er. Wenn ich Hallo sage, dann hat das auch Hand und Fuß, dann meine ich das auch. Wenn ich eine Frau mag, wenn ich ihr sage, ich mag dich oder ich liebe dich, dann wird das wirklich von Herzen kommen und nicht einfach so eine Floskel wie bei ihm mit dem Hey Hübsche, Hey Süße. Der meint das Doreen nicht ernst. Hey. Also im Grunde hatte es überhaupt nichts mit der Aussage von ihm zu tun, mit Hey Süße, Hey Hübsche. Das hatte nur was mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten und meinen von mir wahrgenommenen Unzulänglichkeiten zu tun, dass ich nicht beliebt war, dass Frauen mich nicht mochten, so wie ihn. Und das erfordert ganz schön viel Introspektion und dass du dein Ego beiseite legst und selber zugibst, dass das das Problem ist. Und nicht etwa, dass die anderen so unehrlich sind, wenn sie so cool tun. Nee, wir sind unehrlich, weil wir nicht zugeben, dass wir das nur deswegen nicht machen, weil wir nicht beliebt sind. Und wenn wir beliebt wären, würden wir das vielleicht anders machen. Und aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, damit zu experimentieren und das ebenfalls mal zu machen. Und dabei ist was ganz Wunderbares herausgekommen. Als ich das erste Mal einer Frau Hallo Hübsche gesagt habe, und das war nicht einfach irgendeine Frau im Supermarkt, sondern ich rede hier von einer Frau aus einem gemeinsamen Bekanntenkreis, die ich immer wieder gesehen habe und dann habe ich sie wieder gesehen, habe sie begrüßt und gesagt, hey, Hallo Hübsche. Hat sie ebenfalls gestrahlt. Habe ich richtig groß, großen Augen und einem großen, fetten Grinsen angestrahlt und mich dann umarmt. Ist mir so in den Hals gefallen. Hi! Und dann ist was echt Interessantes passiert in den darauffolgenden Monaten. Sie hat angefangen, mich hübscher zu nennen. Und das hat sich so gut angefühlt. Wow, ich bin hübsch, sie mag mich. Und dann ist mir aufgefallen, wie das für Frauen eigentlich ist, wenn du ihr einfach so ganz locker ein Kompliment gibst oder sie immer ist, hey, Hübsche, wenn du ihr sagst, Hallo Hübsche. Das fühlt sich gut an, solange du es wirklich auch aus der Güte deines Herzens sagst und eben nicht, um zu manipulieren. Aber da sind wir schon längst drüber hinweg. Darüber müssen wir jetzt nicht nochmal sprechen, dass du nicht jemand bist, der Frauen manipulieren sollte. Das wissen wir und das tust du höchstwahrscheinlich auch nicht wissentlich. Also entspann dich, mach es einfach mal. Wenn du Feedback möchtest, ob die Art, wie du bei Frauen ankommst, positiv ist oder negativ, dann komm in die Flirty. Karismanalyse, da schauen wir uns genau an, wie du bei Frauen ankommst, wie du grundsätzlich bei Menschen ankommst und wir geben dir konkrete Hinweise, was du anders justieren kannst und was natürlich jetzt schon positive und attraktive Eigenschaften an dir sind. Geh dazu auf www.flirteanalyse.de Und als sie mir dann gesagt hat, na hübscher, wie geht's, habe ich angefangen, mich selber wohler in meiner Haut zu fühlen. Und das war so einer der vielen Schritte in eine Aufwärtsspirale, was mich selbstbewusster grundsätzlich gemacht hat, vor allem selbstbewusster auch bei Frauen. Darum kann ich das nur empfehlen, überwinde dich einmal und nicht nur einmal, sondern mehrmals, ganz oft, denn das ist ja eine neue Gewohnheit. Das fühlt sich beim ersten Mal hundertprozentig komisch an, aber solche Floskeln wie was geht, na Keule, hallo hübscher, hallo süße, auch bei Männern, auch bei deinen Kumpels, hallo hübscher, na hübscher. Absolut. Gerade zum Üben, weil du es ja bei ihm erst recht nicht ernst meinst, in den meisten Fällen, sagst du deinem besten Kumpel, na hübscher, wie geht's dir heute? Und er wird positiv reagieren. Und das sollte dir ein Feedback geben dafür, wie unabhängig und locker, leichtherzig du das auch bei Frauen sagen kannst. Das muss nicht immer direkt irgendwas bedeuten. Das muss kein Liebesbekenntnis sein. Das ist einfach emotionaler Wert. Ein Flirt. Und ein Flirt lebt ja gerade davon, dass er nicht eindeutig ist. Ja, ansonsten wäre es kein Flirt, ansonsten wäre es ein rationaler Informationsaustausch. So, ein Flirt lebt von der Doppeldeutigkeit. Meint er das jetzt ernst? Wenn ich, denkt er echt, ich bin so hübsch? Oder war das einfach nur so dahergesagt? Und dann geht das Gespräch direkt weiter, wie bei Tetris. Da kannst du nicht mehr drüber nachdenken, was jetzt der eine Baustein, wo der jetzt reingepasst hat oder nicht reingepasst hat, weil da kommt schon der nächste, da kommt schon der nächste Gesprächsleitfaden und ihr redet über andere Sachen. Das heißt, du bist ständig in einer, in so einer Art Wellenbad der positiven Emotionen und das ist Flirt, das fühlt sich gut an. Zumal du gibst einfach ja auch die ganze Zeit, ja, wie du schon gesagt hast, emotionalen Wert und vor allem auch das immer wieder auch zu jedem, also das ist, das ist jetzt nicht so, dass du dann vielleicht denken könntest, also du kannst natürlich denken, was du willst, aber dass die Frau, der du jetzt gerade so na, meine Hübsche, sagst und das vielleicht auch ernst meinst, hoffentlich, dass sie dann vielleicht irgendwie denkt, weil du das demnächsten oder dernächsten aussagst, dass sie dann, dass sie das wieder entwertet, was du ihr gesagt hast. Das ist nicht der Fall. Du gibst ihr positive Gefühle und das ist das, was hängen bleibt. Du gibst ihr dann eine Form von Wertschätzung, eine Form von gesehen werden, Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe. Du gibst ihr damit entsprechend Aufmerksamkeit und ich erinnere mich doch, ich erinnere mich doch sehr gut daran, vor x hundert Jahren, als ich zum Studium oder mein Studium begonnen habe und einer meiner ersten Freunde im Studium, der Roman, der hat auch jeden, jeden und jede mit nah mein Hübscher, nah meine Hübsche begrüßt. So, wir kannten uns zwei Tage und das war seine Begrüßung für mich und dann weiß ich noch, wir saßen irgendwie auf einer Bank und seine Tante rief an und er hat das Telefon abgenommen und sagte auch, na meine Hübsche, was geht? So, und ich habe mich dadurch jetzt nicht weniger hübsch gefühlt oder weniger gesehen oder hatte weniger das Gefühl von Aufmerksamkeit. Nee, stattdessen war das so, wow, das ist ein Typ, der einfach Positivität ausstrahlt. Wahnsinn. Da schauen Menschen zu hinauf. Das ist emotionale Unabhängigkeit und Güte. Das ist genau diese zwei Komponenten, von denen ich immer wieder spreche, die so kraftvoll sind, wenn du unabhängig und wertschätzend bist. Verehrung und Freiheit. Wenn du bei jedem so positiv sein kannst und so wertschätzend, dann bist du unabhängig, dann hast du etwas zu geben und nicht etwas zu nehmen und davon wollen wir alle ein Stückchen abhaben. Dazu schauen wir alle herauf. Wie kann er so frei sein, so beflügelt, so sorgenlos. Ja. Und damit sind wir schon beim Flirt. Das ist der erste Akt, der quasi nahtlos in den zweiten Akt des Gesprächs schon nach seit 20 Jahren sprechen wir über die Begrüßung. Ja, vielleicht hätten wir darüber eine Folge machen können, wie du Hallo sagst. Aber hey, das sind ja gerade die Fragen. Ich habe mich diese Fragen auch gestellt. Wie soll ich das Gespräch beginnen? Wie soll ich Hallo sagen? Übrigens, wenn du wissen möchtest, wie du ein Gespräch beginnen sollst, dann haben wir dazu tatsächlich schon eine komplette Folge aufgenommen. Das ist die Folge Was soll ich ihr bloß sagen? Ein Frauenansprechen-Mindset. Ich kann dir nicht sagen, welche Folgennummer es ist, jedenfalls nicht aus dem Kopf gerade, aber wenn du runterscrollst, ich glaube 8. Achso, so früh war das schon. Ja, kann sein, Folge 8. Dann scroll wir jetzt runter, dann findest du es. Das heißt, auf YouTube wirst du es nicht finden, denn wir haben erst dieses Jahr angefangen, die Folgen auch auf YouTube zu releasen. Das bedeutet, geh einfach auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Amazon, auf Audible, wo auch immer, Google Podcasts, findest du überall, Podcatcher, findest du überall. Den Freundinnen finden, Podcast schauen und dann ganz runter zu Folge 8 wahrscheinlich. Ich habe nämlich jetzt schon öfters mitbekommen, dass manche auf YouTube gar nicht mal wussten, dass es den Podcast auch zum Anhören für unterwegs gibt und natürlich, so ist er ja entstanden, so ist er geboren worden. Das hier kam später auf YouTube. Schön. Nee, wir fangen generell unsere Podcasts mit Folge 61 an. Um so zu tun, als hätten wir mehr. Genau. Damit sind wir beim Smalltalk angelangt. Akt 2, Smalltalk, Flirten. Und zwar nahtlos, weil du schon ein Flirt begonnen hast. Und darüber könnten wir ganz viel sprechen. Im Coaching haben wir dafür ganze drei Wochen. Drei Wochen Coachingzeit, um diese Fertigkeit, diese Gewohnheit zu etablieren. Menschen brauchen etwa 20 bis 30 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Manche länger, manche kürzer. Und deswegen kommst du da nicht drum rum, als jeden Tag etwas dafür zu tun, um diese neue Gewohnheit zu etablieren, damit du dich auch wohl in deiner eigenen Haut fühlst und dann auch mit anderen Menschen Gespräche beginnen kannst, die eben nicht langweilig sind, sondern emotional interessant und auch anziehend. Und da kann ich dir jetzt, da würde die Folge echt 10 Stunden gehen, wenn wir das alles ausfleischen wollen. Deswegen will ich dir das Allerwichtigste mitgeben, wie du Smalltalk führst. Und die Allerwichtigste Grundregel hierbei ist frei assoziieren. Was bedeutet frei assoziieren? Es heißt, dass du ohne Plan, ohne zu wissen, was du als nächstes sagen wirst, den nächsten Moment so nimmst, wie er kommt. Und du assoziierst ganz frei, welchen Impuls auch immer du wahrnimmst. und wenn er sagt Moin, na was geht? Und dann, okay, Moin, Ostfriese, Norden, geht nicht viel. Kommst du aus dem Norden? So, ich habe direkt den Norden assoziiert und habe es angesprochen, habe eine Frage daraus formuliert. Und dann wird er vielleicht sagen, was sagst du dann, Dominik? Kommst du aus dem Norden? Fast, fast, ich komme fast aus dem Norden. und ich glaube, in Moin sagt man mittlerweile überall. Hauptsächlich so in der nördlichen Hälfte Deutschlands. In der nördlichen Hemisphäre Deutschlands. haben wir das, in der nördlichen Hemisphäre, genau. Deswegen haben wir das, glaube ich, da, wo ich herkomme, das einfach übernommen. Wo kommst du denn her? Und wir sprechen kein Dialekt. Aus Osnabrück. Ah, Osnabrück. Da haben wir auch einige Kunden in Osnabrück. Okay. So, erst war das hier. Er hat mehr erzählt und hat dann gesagt, nicht da, wo ich herkomme. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Frei assoziiert, wo kommst du denn her? Ne? Ich hatte keinen Plan, dass ich diese Frage stellen werde. Das ist auch nicht wichtig, dass du die richtigen Fragen aneinander reißt. Das sind die falschen Fragen, wenn wir uns fragen, was muss ich alles sagen, damit ich gut ankomme? Es ist das Wie, Wie komme ich an? Wie sage ich es? Und das Wie ist frei, ungezwungen, locker. Und frei, ungezwungen, locker kannst du assoziieren. Von einem Impuls, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Wenn dir gar nichts einfällt, was übrigens auch mal okay ist, wenn ihr mal eine Gesprächspause habt und ihr wechselt mal eben kein Wort, aber dann dreh dich einfach mal um, schau dich umher und nimm einfach mal, was du so siehst. Zum Beispiel sehe ich jetzt hier diese Wasserkanne. Und dann kann ich sagen, wie viel hast du heute eigentlich schon getrunken? Das ist wichtig. Das ist doch ein kompletter, krasser Themenwechsel. Das geht doch nicht. Das können wir doch nicht machen. Gerade wenn ich die Frau kennenlernen möchte, dann muss das doch eine stringente Linie sein vom Ansprechen bis zur Hochzeit. Ja. Hilfe. Stimmt. Ist ja auch meistens eine stringente Linie. Aber diese Linie, die ist halt durch tausend Millionen, Abermillionen kleine Knotenpunkte verheddert und komplex gemacht. Und deswegen ist das so schön, angenehm, weil ihr geht es genauso wie dir und wir sind alle einfach chaotische kleine Wesen. So ist es vollkommen in Ordnung. Das Schöne ist ja gerade daran so, also allein jetzt bei deiner Frage so, wie viel hast du eigentlich heute schon getrunken? Erstens, das ist eine, also wenn dir das im Gespräch einfällt als Mensch, der gerade die Frau angesprochen hat. Wenn dir das gerade im Gespräch einfällt, dann so etwas zu sagen, zum Beispiel, wie viel hast du eigentlich heute schon getrunken? Dann ist das super ungewöhnlich, unnormal und damit gut. Das bleibt im Gedächtnis. Das ist merkwürdig. Und des Weiteren ist es eine Frage. Und eine Frage, unser Gehirn hat die wahnsinnig nervige Fähigkeit, sobald es eine Frage hört, Antworten zu suchen. Und dann entsprechend, wenn es eine Frage hört im Gespräch, so wenn uns eine Frage gestellt wird, dann hat unser Gehirn die weitere wahnsinnig nervige Eigenschaft, eine Antwort geben zu wollen. Weil das ist ja sonst unhöflich, wenn wir keine Antwort geben. Das heißt, eine Frage zu formulieren und vor allem eine so merkwürdige, merkwürdig ist positiv, eine merkwürdige Frage wie, was hast du eigentlich heute schon getrunken? Oder wie viel hast du eigentlich heute schon getrunken? Das wird sie überhaupt nicht, wie sagt man, das wird sie, das wird sie so, 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 so überraschend erwischen. Dass so eine Frage von dir vielleicht kommt, weil sie vielleicht das gewohnt ist, ständig irgendwie angequatscht zu werden und dann irgendwie ist die dritte Frage irgendwie, lass doch mal treffen oder lass mal Nummern austauschen oder wo kommst du denn her oder was machst du so beruflich? Und das sind alles so, ne, nicht so passende Fragen für diesen Moment. Vor allem, was machst du so beruflich kann, kann eine sehr langweilige Frage sein, besonders, wenn kontextabhängig, wenn wir, keine Ahnung, auf einem Fest sind, wo steht, wo ständig Menschen diese Frage stellen, so irgendwie auf eine, auf einer Feier oder so. Und von daher, wenn du halt dann so eine Frage stellst, dann wirst du damit direkt eine, eine interessierte Antwort bekommen, eine, eine Antwort, wo sie offene Augen machen, eine Antwort, wo sie vielleicht sagen wird, ähm, keine Ahnung, äh, ein Glas oder so, ja, ich weiß, ich trinke zu wenig oder so, das, da wird halt auf jeden Fall eine Assoziation auch von ihrer Seite auskommen. Und jetzt bitte, bitte nicht diese Frage in eine Routine verpacken und sie mitnehmen und sie jeder Frau stellen, sie wird nicht authentisch rüberkommen. Wenn du das machst, dann hast du das Prinzip von freier Assoziation nicht verstanden und das von unbekümmertem Themen finden und damit auch so, und vielleicht willst du, Andi, auch noch gleich darauf, darauf eingehen, weil, ähm, deine Freundin ja diese Technik entwickelt hat, die Wasserfallmethode. das, ähm, das sind dann, äh, wenn du es in deine Routine verpackst, dann bist das nicht du und das spüren wir, das spüren Menschen. Ja, äh, die Wasserfall, der Wasserfalleffekt vielmehr, den hat meine, äh, ja, also den habe ich betitelt, nachdem ich es beobachtet habe bei meiner Ex-Freundin. Ich möchte gleich, also werde ich auch gleich erzählen, was das genau auf sich hat. ähm, äh, vorher, es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dieser komplette Gesprächsleitfaden hier. Erwarte nicht, dass das der heilige Gral ist, der beim nächsten Gespräch dazu führt, dass das Gespräch gut verläuft. Erwarte vielmehr, dass dies ein Leitfaden ist, etwas, an dem du dich orientieren kannst, um ganz viel eigene Erfahrungen zu sammeln, damit du etwas hast, um nicht komplett ins kalte Wasser zu springen und du nicht weißt, wo du hinschwimmen sollst, wo oben und unten ist, sondern du kannst dich an etwas orientieren, aber jetzt zählt es, dass du deine eigenen Erfahrungen machst. Das ist das Wichtigste, denn wir, wir bekommen nur echtes Grundselbstvertrauen, indem wir ganz viel situatives Selbstvertrauen anhäufen. Damit du in einer Situation dich total wohl, souverän, attraktiv, selbstbewusst fühlst, solltest du ganz, ganz, ganz viele ähnliche Situationen schon mal erlebt und gemeistert haben. Dann wirst du dich einfach situativ, das ist dann eine, es ist nur ein weiterer Spaziergang im Park, alles schon mal gemacht und dann bist du entspannt, bequem und kannst ohne Probleme flirten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du Erfahrungen sammelst, mein Lieber. Such die Erfahrung. Denk nicht, dass du hier alle Antworten erstmal brauchst, bevor du losgehst. ich gebe dir da immer wieder denselben Impuls in diesen Podcast folgen, noch auf YouTube, weil das das Wichtigste überhaupt ist, dass du dir selber nicht diese Blockade im Kopf erlaubst, ich bin noch nicht so weit, ich muss erst noch XY. Schwachsinn. Schwachsinn. Du kannst jetzt schon all das erleben, was alle unsere Teilnehmer hier hinter mir, all diese Männer hier erlebt haben. Du kannst jetzt schon eine Freundin haben. Du kannst heute Abend schon initiieren. Du kannst heute noch mit einer Frau reden, aus dem Ganzen wird dann ein Date, aus dem Date wird dann eine Beziehung. Das ist machbar. Für dich. Für dich. Also bitte beschränk dich nicht in diesem Glaubenssatz, dass du noch nicht so weit bist. Okay, was hat es mit dem Wasserfall-Effekt auf sich? Der Wasserfall-Effekt, den habe ich beobachtet bei meiner Ex-Freundin, weil sie im Gespräch mit anderen wunderbar es hinbekommen hat, dass da nie eine Flaute im Gespräch war. Wenn ein Thema organisch geendet hat, dann hat sie einfach direkt das nächste begonnen. Und das hat sie so gemacht, indem sie einfach darauf vertraut hat, dass das nächste Wort, was aus ihrem Mund kommt, richtig sein wird. Richtig gehört. Sie hat einfach drauflos irgendwelche Worte gesagt. Autobahn, Lampe, Lampion, Pfosten, Alligator, egal was. Das nächste Wort, was aus deinem Mund kommt, wird nämlich der Anfang von einem neuen Thema sein. Auch das ist wieder Übung, Übung, Übung. Denn mit der Zeit vertraust du dir selber mehr und dann kommt einfach das nächste Wort raus und führt zu einem Gespräch. Und dann hat sie Folgendes gemacht, das habe ich immer wieder beobachtet. Dann hat sie bei einer Gesprächsflaute, dann hat sie gesagt, okay und wann, ja, wann geht es wieder in die Heimat für dich? Okay, M war der Anfang, da hatte sie noch keine Ahnung, was gleich kommen wird. Da hat sie einfach nur irgendwelche Worte gesagt. Okay, M. Wann ebenfalls einfach nur ein Wort, ohne zu wissen, was danach kommt. Da hätte alles mögliche noch kommen können. Wann was? Wann kommt die neue Staffel von House of the Dragon? Wann gehen wir hier mal ins Schwimmbad? Wann hast du den nächsten Zahnarzttermin? Also da könnte alles mögliche kommen. Sie weiß nicht, welche Wann-Frage jetzt kommt. Sie hat aber erst mal das Wort verwendet. Wann? Punkt, Punkt, Punkt. Was kommt jetzt? Keine Ahnung. Und dann ist ihr, nachdem sie Wann gesagt hat, der Rest eingefallen. Wann gehst du wieder in die Heimat? Und das ist die Wasserfallmethode. Weil sobald ein Tropfen rauskommt, kommt der Nächste, kommt der Nächste, kommt der Nächste. Unser Gehirn hat eine ganz spannende Funktion. Sobald wir nämlich angefangen haben mit einem Prozess, ist es für uns viel leichter, einfach den nächsten Schritt zu gehen in den Prozess, als wieder abzubrechen. Deswegen sagt man, wenn du ein Problem hast, dein, sagen wir mal, Zimmer aufzuräumen, dann fang einfach mal an und sag dir, ich werde jetzt nur für eine Minute einen Fleck beheben. Ich werde hier die linke Seite von meinem Schreibtisch aufräumen. Nur die linke untere Seite. Und ich nehme mir dafür eine Minute, ich stelle den Timer, mehr mache ich nicht, nur 60 Sekunden. Und sobald du begonnen hast, wirst du merken, nach 60 Sekunden, naja, gut, kann ich das hier auch noch machen? Mache ich das hier auch noch? Und schwuppsdiwupps hast du den kompletten Schreibtisch geleert, hast vielleicht angefangen mit dem Schrank und so weiter und so fort und auf einmal ist dein ganzes Zimmer sauber. Weil du begonnen hast. Du einfach begonnen hast. Und dieses Beginnen ist das Schwerste für uns. Deswegen ist die echte Motivation nicht in irgendwelchen äußeren Kriterien zu finden, wie zum Beispiel solchen Videos, verlass dich nicht darauf, sondern die Motivation, die du suchst, die kommt immer nach der ersten initialen Handlung. Und die musst du starten. Fang einfach an und die Motivation kommt dadurch, dass du begonnen hast. Motivation kommt nach der Handlung, nicht davor. Das ist total schwachsinnig, sie davor schon zu suchen. Wird nicht passieren. Hä? Und das ist das Coole, weil sobald du anfängst, ein Wort zu sagen, wie okay am oder wann, dann wird dein Kopf das nächste Wort dazu finden. Weil es ist viel angenehmer, irgendwas danach zu sagen, weil du hast dich schon verpflichtet, gerade von so einer sozialen Situation von deinem Gegenüber, du hast schon angefangen zu reden, jetzt anzufangen, auf einmal abzubrechen und zu schweigen, wäre viel schlimmer, als jetzt irgendeine blöde Frage zu stellen. Okay, und wann ist viel unangenehmer, als einfach irgendwas zu sagen. Deswegen wird dein Kopf etwas erfinden. Und dann kommt irgendeine Frage bei raus. Meistens ist sie sogar witzig. Okay, wann hast du eigentlich vor, dir mal die Socken zu waschen? Das wird mit einem kleinen Lacher oder was? Wie kommst du drauf? Sehen die so schmutzig aus? Weil es spontan ist, weil da wirklich etwas aus dir spontan herauskommt und das ist tausendmal besser, als dass du dir nicht erlaubst, etwas zu sagen, dass du denkst, alles, was du sagst, ist falsch, ist nicht gut genug oder dass du vor dich hin schweigst, weil du dir selber nicht vertraust und du kein Selbstvertrauen hast. Nein, einfach mal den Wasserfalleffekt nutzen, vertrau darauf, vertrau dem Prozess und dann kommt dann schon irgendwas Interessantes aus dir heraus. So, das zum Smalltalk und zum freien Assoziieren. Um das Ganze natürlich mit einem Flirt noch heißer zu gestalten, what are they done? Dann solltest du auf jeden Fall flirten lernen, weil wenn du flirten beherrschst, dann kannst du jedes Gespräch spannend gestalten. Die meisten Gespräche sind deswegen so langweilig, weil Menschen einfach nicht verstehen, dass sie flirten dürfen und was flirten überhaupt bedeutet, dass das Ganze mit Doppeldeutigkeit und nicht auf dem rationalen Terrain abläuft, wie zum Beispiel dem rationalen Terrain der Jobbeschreibung, wie du es gerade gesagt hast, Dominik. So, und was machst du so beruflich? Das ist rational. Das ist die Welt der Logik. Die sind wir zwar gewohnt, aber die ist langweilig. Sondern dass das Ganze im Flirt auf der emotionalen Ebene stattfindet, dass du jemanden necken kannst, dass du eine verrückte Fantasie aufbaust, dass du mit ihr in einer Wirblase seid, wo ihr zwei die einzigen Überlebenden nach einer Zombie-Apokalypse seid und alles um euch herum wird unwichtig. Ein Flirt lebt von Meint er das jetzt ernst? Ist das ein Scherz? Oder steckt da ein Körnchen Wahrheit? Genauso wie Dreh dich mal um. Uh, du bist mir gefährlich. Ach, nee, nee, nee. Von dir muss ich die Finger lassen. Heißt das jetzt wirklich, dass ich von dir die Finger lassen werde? Dass ich dich niemals irgendwie begehren werde? Oh nein. Das heißt vielleicht sogar, dass ich dich ein wenig begehre. Aber ich habe es nicht zugegeben. Ich habe das auf eine flirtige, doppeldeutige Art gesagt. So, ein Flirt bringt immer emotionalen Wert ins Gespräch, wodurch du das Gespräch auf eine neue Ebene auf eine neue Ebene erhebst. Darum wirklich, mein Lieber, lerne flirten. Wir haben so viele Podcast-Folgen schon darüber gemacht, so viele Folgen auf YouTube schon darüber gemacht. Wenn du es wirklich noch nicht anwenden kannst, dann komme die Flirt-Typ-Analyse, weil in der schauen wir uns an, woran das liegen könnte. Vielleicht bist du einfach ein anderer Flirt-Typ und dann ist das eine individuelle Geschichte. Dann können wir damit arbeiten. All diese Männer hier sind verkopfte Logiker. Bin ich auch. Emotionaler, verkopfter Logiker. So, aber das Ganze in die Leichtigkeit umzuwandeln, aus der du dann auch führen kannst, ganz angenehm das Ganze aufs nächste Level, in die sexuelle Ebene, in die romantische Ebene, in die Beziehungsebene, das ist nichts weiter als eine Fähigkeit, die du erlernen kannst und die nicht so verrückt ist zu erlernen. Dauert zwar einige Wochen, Monate, aber die kannst du erlernen, kann jeder erlernen. Also mein Lieber, www.flirtanalyse.de für deine eigene kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Bis dahin solltest du im Gespräch, also wenn wir jetzt schon begrüßt haben, wenn wir jetzt schon einen kleinen Flirt begonnen haben, wenn wir schon ein bisschen Smalltalk begonnen haben, solltest du schon eine gewisse Ebene des Vertrauens erreicht haben. Das ist noch kein tiefgründiges Vertrauen, das ist noch kein, hey, ich würde dir mein Leben anvertrauen oder meine Geldbörse oder was auch immer. Nein, aber genug, dass du nicht mehr die ganze Zeit links und rechts schauen musst, okay, was passiert hier? Werde ich hier gerade gescammt? Werde ich abgezogen? Was passiert? Das ist nicht mehr der Fall. Du hast angefangen, den anderen Menschen als sympathisch wahrzunehmen, als attraktiv, im besten Fall sogar. Sie hat dich als sympathisch und attraktiv wahrgenommen. Also eine Basis für Vertrauen ist schon mal da. Und jetzt geht es darum, das Ganze im nächsten Akt zu intensivieren. Das heißt, eine wirklich tiefe Vertrauensebene zu entdecken mit dir, zu erschaffen. Das machst du, indem du wahres, ehrliches, authentisches, komplett angstfreies Interesse für sie hast. Da hat er es meistens schon. Weil, wie du gesagt hast, Dominik, das sind zwei Esel, die in zwei unterschiedliche Richtungen ziehen. Ich will nicht schlecht ankommen, ich will nicht das Falsche sagen, aber gleichzeitig mag ich sie und ich will mehr über sie herausfinden. Und da ist die Entscheidung gefragt. Wirst du wirklich dich dazu entscheiden, komplett furchtlos einfach mal eine Frage zu stellen? Natürlich auch gerne emotional, also empathisch, dass du das Ganze nicht, dass du nicht mit der Tür ins Haus fällst und einfach so fragst, wann war das letzte Mal, dass du geweint hast? Das ist eine Frage, die ich persönlich gerne stelle, aber nicht einfach so, sondern eingebettet, angenehm, indem du zum Beispiel sagst, du, ich würde dir gerne, würde dir gerne gerne eine persönliche Frage stellen, wenn es okay ist für dich. Wenn du nicht antworten möchtest, dann verstehe ich das natürlich gar kein Problem. Aber weißt du, ich bin eher der Typ, wenn ich jemanden kennenlerne, dann finde ich das so langweilig, immer nur im Smalltalk. Ich bin einfach nicht der Typ für Smalltalk. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich lerne jemanden einfach gerne besser kennen, wirklich. Und deswegen, ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen, wenn es okay ist für dich. Wie gesagt, du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Jeder Mensch sagt daraufhin, okay, klar, was ist denn die Frage? Weil sie neugierig sind, weil du gezeigt hast, dass du empathisch bist, dass du eben nicht mit der Tür ins Haus fallen wolltest und dass du ein ganz angenehmer Gesprächspartner bist. Du hast auch vielleicht gemerkt, meine Stimmlage, meine, die, die, die Kraft in der Stimme, es hat, es hat eine neue, neue Farbe angenommen. Ich wurde sanfter, wurde weicher. Das nennen wir Rapport suchend. Rapport ist eine Verbindung. Wenn wir Rapport haben, dann haben wir eine Verbindung untereinander. Und Rapport brechende Tonalität in der Stimme ist alles, was du beim Flirt mal machen kannst, wie zum Beispiel, dreh dich mal um, komm, zeig dich mal. Das ist eine Rapport brechende Tonalität, weil du diese Nähe einmal spielerisch aufbrichst und du gibst dir einen spielerischen kleinen Befehl, einen Impuls, komm, dreh dich mal um. Tausend andere Beispiele auch möglich. Das ist vor allem auch die, die Stimmlage am Ende des Satzes. Es ist dann beim Rapport brechen entsprechend, dreh dich mal um. So, ich habe es jetzt extrem übertrieben mit der Stimmlage, aber sie geht nach unten. Es ist kein Suchen. Es ist ein Befehl und vor allem, wenn du es dann noch spielerisch formulierst, dann wird es auch entsprechend blödlich ankommen. Aber wenn du sagst, was war deine Einbettungsfrage, darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Also, im Vergleich einfach mal zu dreh dich mal um und darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Am Ende geht die Stimme hoch und vor allem die Stimme, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, ist sanfter. Die Stimme geht hoch, das ist Suchend. Das ist, natürlich, weil es auch eine Frage ist, aber sie geht hoch, um eine Verbindung herzustellen. Rapport suchend, Verbindung suchend, Rapport brechend, Verbindung brechen. Das ist genau das, womit so viele von euch Probleme haben, mit dem Anecken. Und das dürft ihr tatsächlich mit dem Flirten lernen. Das ist halt all das, was wir, bevor wir jetzt auf diesen Akt hier gerade eingegangen sind, das ist Flirten. Das dürft ihr ganz fokussiert mal lernen. Ja, weil weder das eine noch das andere ist verkehrt. Es ist einfach nur eine Frage des richtigen Moments. Rapport brechend ist beim Flirt ganz wunderbar, hervorragend. Nicht die ganze Zeit, aber gerade bei der Begrüßung zum Beispiel. Na, wie geht's dir so? Na, wie geht's dir so? Die Stimme, die geht nach unten. Na, wie geht's dir so? Und nicht, na, wie geht's dir so? Weil, wie geht's dir so? Das kennen wir, das können wir, als Zuhörer, als Zuschauer, kannst du das identifizieren. Da möchte jemand mir näher kommen. Na, wie geht's dir so? Der fühlt sich unsicher. Da ist irgendetwas. Warum ist der so überfreundlich, wenn er mit der Stimme so sehr nach oben geht? Das ist Rapportsuchend. Da wollen wir eine Verbindung. Ja. Und weil das jeder zweite, dritte, jeder Kerl, 99 Prozent der Kerle da draußen ist, nicht jeder dritte, weil dann wären es weniger als 99 Prozent. Aber die allermeisten wollen gerne bei der Frau gut ankommen. Sie wollen sie überzeugen und deswegen reden sie mit ihr ganz Rapportsuchen und sind einfach nur nette, angenehme Kollegen, Freunde, platonisch und da passiert aber nicht mehr als das, weil sie sich selber so zeigen. Ja. Wenn du das Ganze umdrehst und im Flirt, also in dem ersten Augenblick, wo ihr euch seht, in den ersten Augenblick, kennt, ne, dieser Akt des Flirtens, dort einmal das Ganze rapprochend machst, dann ist das spannend, dann haben wir diese Doppeldeutigkeit. Okay, warum ist das, was er sagt, hört sich so hart an und kühl und distanziert, also wie er es sagt, vielmehr, aber was er sagt, zeigt Interesse. Na, wie geht's dir so, zeigt dir Interesse, aber die Art, wie er es sagt, hört sich so distanziert an. Da hast du schon in diesem einen Satz und in der Art, wie du es gesagt hast, einen Flirt, die Doppeldeutigkeit. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Vertrauen aufbauen, die tiefe Ebene, um echtes, tiefgründiges Vertrauen mit dir aufzubauen. Da geht's jetzt nicht mehr darum, die ganze Zeit zu flirten und eine Abwechslung zu bieten, eine emotionale. Hier geht es jetzt wirklich darum, Vertrauen aufzubauen. Hier kannst du alle deine Stärken zum Vorschein bringen. Hier kannst du punkten. Gerade, weißt du, das ist das Tolle. Flirten, Smalltalk, das mache ich selber. Flirten mache ich mittlerweile extrem gerne, aber Smalltalk ist nach wie vor nicht etwas, womit ich gerne Stunden verbringe. Überhaupt nicht. Das, meistens verbringe ich damit 30 Sekunden und dann war's das auch schon, dann gehe ich schon um die tiefe Ebene, weil ich einfach mehr Bock drauf habe und es ist authentisch bei mir. Das ist das Tolle. Jetzt kannst du punkten. Jetzt kannst du genau deine Stärke verwenden. Wenn du introvertiert, wenn du schüchtern bist und du möchtest gerne mit jemandem eine bedeutsame, echte, tiefgründige Unterhaltung führen, jetzt bist du gefragt. Erstmal hast du den Fuß in die Tür gebraucht. Den hast du jetzt bekommen und jetzt gehen die Tiefe und jetzt kannst du Fragen stellen, mein Lieber. Die kannst du einbetten. Es gibt tausend verschiedene Arten, wie du das angenehm gestalten kannst. Du kannst vorbereitende Fragen stellen. Gibt es noch ein Beispiel, das ich dir sehr gerne gebe. Du kannst jede Frage auf der Welt stellen. Nehmen wir einfach mal, was nehmen wir da? Hast du irgendeine sehr persönliche Frage für mich, Dominik? Und dann machen wir es einfach mal live. Welche Frage würdest du als sehr persönliche? Wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Okay. Wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern? So. Wenn ihr euch erst zwei Minuten unterhalten habt, dann ist diese Frage in der Tat zu persönlich. Aber mit vorbereitenden Fragen kannst du das Thema beginnen und dann ganz organisch zu dieser Frage kommen. Mit ihr gemeinsam. Ihr kommt quasi ihr geht den Weg gemeinsam. Du brichst nicht mit der Tür ins Haus. Du fällst nicht mit der Tür ins Haus mit dieser Frage, sondern du fängst an über Eltern zu sprechen zum Beispiel. Das ist das Grundthema hier. Zum Beispiel frage ich, hast du eine große Familie? So total angenehme Frage, die hat überhaupt keinen intimen Schwellenwert überschritten. Das ist ganz angenehm. Hast du eine große Familie? Hast du viele Geschwister? Machen wir es vielleicht gerade mal, Dominik. Hast du viele Geschwister? Okay. Ich habe nur eine Schwester. Eine Schwester. Krass. Ist sie älter oder jünger als du? Nee. Von meiner Warte aus sehr viel älter. Aber je älter wir werden, desto relativ kleiner wird der Abstand. War es ein bisschen scary. Ja, ich weiß, was du meinst. Das heißt also, mittlerweile habt ihr viel mehr gemeinsame Themen, die euch beschäftigen im Leben und könnt vielleicht über mehr Sachen connecten, als wo du vielleicht noch sieben warst und sie, keine Ahnung, 18 oder so. Ja, genau. Also sie ist acht Jahre älter und das ich in der Grundschule und sie mit dem Führerschein. Das sind schon, das ist dann schon einfach größer, dieser Gap, als als heute. Warst du damals trotzdem, also bist du gut mit dir zurechtgekommen so als Kind? Wie war euer Verhältnis? Damals? Wir haben uns nur gestritten. Ja, glaube ich. Ich habe zu meiner Schwester heraufgeschaut, aber sie war auch nicht lange da. Ja, ist es heute anders? Streitet euch nicht mehr so, oder? Weil wir kaum miteinander reden. Okay. Nicht, weil wir uns zerstritten haben, sondern einfach so. Ich bin irgendwann von zu Hause weggezogen, in andere Städte, in andere Länder und sie hat ihre Familie und ihr Ding und ich habe mein Ding und sie hatte letzten Monat Geburtstag und dann habe ich ihr gratuliert und dann habe ich geschaut, wann habe ich ihr das letzte Mal geschrieben, irgendwie einen Monat vorher, weil sie mir ein Paket gesendet hat und ich habe nach der Sendungsnummer gefragt und davor war irgendwie auch wieder Happy Birthday oder so oder sie hat mir zum Geburtstag gratuliert oder so. Okay, steht. Ist denn dieses, ist das was grundsätzlich, also ist das in deiner Familie so eine Norm, so von der familiären Kultur her, dass, naja, wenn wir uns sehen, dann sehen wir uns eben, wenn wir uns nicht sehen, dann lebt jeder so sein Leben oder bist du da ein Ausnahmefall? Wenn wir so von Kernfamilie sprechen, also quasi meine Eltern, Schwester und ich, dann bin ich der Ausreißer davon, also die die leben sehr nah aneinander und sehen sich täglich und ich bin vielleicht einmal im Jahr da. Ist dann das Verhältnis von dir und deinen Eltern ähnlich, genauso oder was für ein Verhältnis hast du so zu deinen Eltern? Ne, das ist gut. Also, ja, ich mag auch meine Schwester, ich habe meine Schwester sehr lieb, ich habe meine Eltern sehr lieb, meine Eltern sind hervorragende Eltern, aber ich habe einfach nicht das Bedürfnis, ständig irgendwie zu telefonieren oder zu schreiben oder Kontakt zu suchen und nach einigen Jahren hat meine Mutter das auch mitbekommen, dass das so vergebene Liebes, wie sagt man, Liebesmühe ist. Man macht jeder anders, ja, das ist auch eine andere Liebessprache. Aber ich danke dir zunächst mal für diesen Exkurs, Dominik, denn das war live vorgemacht, wie du von einem Grundthema zu der eigentlichen Frage kommst, auf die du wolltest. Ihr habt es vielleicht gar nicht mitbekommen, aber die letzte Frage war, wie ist denn das Verhältnis zu dir und deinen Eltern? Und das war die Eingangsfrage, die du mir gegeben hast, Dominik, auf die ich kommen sollte. Und begonnen hat das Ganze mit, erinnert ihr euch? Hast du eine große Familie? So, so kannst du es machen. So kannst du über jedes beliebige Thema auf der Welt mit ihr sprechen, auf einer wirklich wunderbar tiefgründigen, auf einer tiefgründigen Ebene, die die meisten sich gar nicht trauen zu beginnen und dann auch fortzuführen. Einfach indem du ein paar Schritte zurückgehst, das übergeordnete Thema nimmst und da einen ganz seichten, leichten, angenehmen Einstieg findest, um dann das Ganze immer weiter, immer weiter zu intensivieren, mit echtem Interesse, mit wahrem Interesse. Das ist jetzt keine Technik. Viele denken dann auch, oh, okay, das ist die Technik, um Vertrauen aufzubauen. Technisch kann ich dir viele Sachen erklären, aber deine Intention ist, was zählt, das Wie zählt. Willst du wirklich sie kennenlernen? Willst du wirklich auf eine tiefe Ebene mit ihr kommen, weil du dich für sie wirklich interessierst oder versuchst du gerade was zu erreichen? Ja, und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Was tun wir jetzt, nachdem wir eine tiefe Ebene erlangt haben? Nachdem ihr euch angefangen habt, zu mögen und mehr zu vertrauen und auf einer Ebene seid, wo ihr euch auch anziehend findet, weil ihr geflirtet habt und Anziehung aufgebaut habt, da möchtest du das Ganze natürlich Bord führen. Das Ganze soll nicht, wie das so oft passiert, einfach im Sande verlaufen und dann geschieht nie was zwischen dir und den Frauen, weil selbst wenn du mal mit einer Frau eine tolle Connection hast, passiert daraus meistens nichts. Und das liegt daran, dass keiner von euch beiden sich darum gekümmert hat, das Ganze fortzuführen. Und das machst du zum Beispiel folgendermaßen. Im Gespräch nutzt du dieses Thema oder die Richtung, in die ihr gekommen seid, um ihr zu zeigen, dass sie dir gefällt. Und das fällt vielen schwer, weil du dich tatsächlich zeigen musst, als jemand, der Bedürfnis hat, der sich verletzlich macht, weil du magst sie. Aber wann solltest du das ihr sonst zeigen? Die meisten denken, das wäre gleich am Anfang. Und wir kennen es aus Disney-Filmen und Hollywood, weil man bringt eine Blume aufs erste Date hier. Wow, ich mag dich schon direkt von Anfang an. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt ist, wenn ihr beide euch füreinander ins Zeug gelegt habt, zum Beispiel, indem ihr auf eine tiefe Ebene gekommen seid, sie dir Vertrauensbeweise gegeben hat, dass sie dir Sachen erzählt hat, die sie anderen sonst nicht erzählt, du ihr Sachen erzählst über dich, die du anderen sonst nicht erzählst. Und das belohnst du. Und dann sagst du jetzt zum Beispiel, du, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt heute so sehr mit einem Menschen connecte, aber du gefällst mir. Das war echt cool. Sollten wir mal fortführen? Dann wird sie sagen, ja, sollten wir. Okay, hier. Ich gebe dir mal mein Handy. Tipp mal deine Nummer ein. Und damit hast du ihre Nummer. Damit hast du eine Möglichkeit, um mir zu schreiben, um das Ganze fortzuführen. Ganz easy gesagt, kannst du auch direkt dann mit ihr ein Date ausmachen. Das kannst du auch sogar machen, ohne vorher die Handynummer auszutauschen. Du kannst mit ihr über Sachen reden, die ihr gefallen in der Stadt. Vielleicht ist sie neu in der Stadt. Vielleicht bist du neu in der Stadt. Rede über Dinge, die du gerne unternimmst, die sie gerne unternimmt. Finde eine Sache, die du mit ihr gerne machen möchtest. Und dann biete ihr an, lass uns das doch zusammen machen. Und um ein Datum zu finden, um zu gucken, wann wir das machen, dann tauschen wir doch einfach mal Nummern aus. Ja? Das verfehlen so viele, weil sie glauben, jetzt war das Gespräch doch so toll, jetzt habe ich das, jetzt habe ich, jetzt habe ich mich so gut gefühlt und sie mochte mich. Jetzt will ich es nicht verbocken im letzten, auf den letzten Meter. Und deswegen trauen sie sich nicht. Aber das ist doch die Geschichte unseres Lebens, oder? Wir wollen es nicht verbocken. Und deswegen trauen wir uns nicht. Damit muss es jetzt ein Ende haben. Ich möchte an der Stelle noch mal reingrätschen zu dem Punkt, dass der ein oder der andere jetzt vielleicht denken könnte, durch dieses Beispiel, durch auch in die Tiefe gehen und Vertrauen schaffen, eine Verbindung schaffen, da könnte jemand dann denken, oh, ich komme doch dann in die Friendszone. Ich bin doch dann einfach nur der nette Typ. Ja, bist du auch, wenn du vorher halt nicht flirtest, wenn du halt diesen Schritt überspringst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir beides machen. Ein Flirt oder ein Kennenlernen vielmehr besteht aus Hochs und Tiefs an Energie. Und das Hoch ist der Flirt und das Tief an Energie ist jetzt, also es ist einfach nur die Intensität vielmehr, ist der Vertrauensaufbau. Und du als herzensguter Mann, als Mann mit Herz, der diesen Podcast hört, der diese Videos anschaut, du bist schon von vornherein vertrauenswürdig und du kannst aber diese Stärke, die du hast, nicht ausspielen, weil du im Vorfeld die wichtigen Karten nicht ausspielst. Das Flirten, ganz wichtig. Daher wird sie dann, wenn ihr Nummern tauschen nach dieser vertrauensbildenden Phase, die ihr hattet, da wird sie dann auch entsprechend dann gerne die Nummer mit dir tauschen, weil du im Vorfeld schon bewiesen hast, dass du auch leichtherzig sein kannst, dass du auch unabhängig sein kannst. Und dass dadurch, durch die Unabhängigkeit, das Interesse, was du ihr zeigst, auch nicht auf einer Agenda im Hinterkopf beruht, sondern auf Okay, wenn nicht. Es ist okay, wenn wir nicht Nummern tauschen. Die Basis dafür, die kommt immer wieder ins Spiel. Immer wieder. Unabhängigkeit plus Wertschätzung. Unabhängigkeit plus Verehrung. Als ich gerade dir das Beispiel gegeben habe mit dem Nummerntausch, habe ich gesagt, weißt du was, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute jemanden kennenlerne, mit dem ich so sehr connecte. Du kannst auch sagen, du überraschst mich. Das war echt spannend gerade. Lass uns das irgendwann mal fortführen. Ja, du gefällst mir. Hier ist mein Handy. Tipp mal deine Nummer ein. Ich sage, du gefällst mir. Ich sage aber auch, dass du mich überrascht hast. Das heißt, es war für mich nicht von Anfang an klar, dass du mir gefallen wirst. Ich habe nicht vom ersten Augenblick an schon gesagt, ich werde alles für sie tun, ich werde ihr hinterher kriechen und rennen und schleimen. Nein. Es kommt aus jeder Pore meines Körpers heraus und auch durch das, was ich sage, dass ich ein unabhängiger Mann bin und dass ich mich aus freien Stücken dazu entschieden habe, dass sie mir gefällt. Besser gesagt, sie hat mich überzeugt. Und das ist die Basis für Flirten und Beziehungen auf Augenhöhe. Ihr überzeugt euch gegenseitig. Für Verführung müssen immer zwei Menschen da sein. Du verführst sie nicht alleine, sie verführt dich auch. Ihr verführt euch immer gegenseitig. Damit du auf Augenhöhe mit jemandem zusammen auf so einer Ebene sein kannst, brauchst du erstmal die Unabhängigkeit. Du kannst dich ja nur für jemanden entscheiden, wenn du die Wahl hast. Wenn du keine Wahl hast, weil sie die einzige ist, die sich dir gerade darbietet, die einzige Frau, die irgendwie dir nur ein bisschen Interessenssignale aussendet, ich darf sie jetzt nicht verkacken bei ihr, dann hast du zero Unabhängigkeit. Dann bist du sowas von abhängig und willst keinen Fehler bei ihr machen. Deswegen klappt es nicht. Deswegen kommst du in die Friendzone. Deswegen wirst du auch immer wieder in die Friendzone kommen. Es sei denn, du verstehst endlich mal, wie viel Unabhängigkeit und Freiheit du schon immer in deinen Knochen hattest. Entscheide dich jetzt mal zu dieser Unabhängigkeit. Es ist kein magischer Zustand, den du irgendwann mal erreichen wirst. Es ist eine tägliche Entscheidung. Und diese Entscheidung, die kommt schon vom ersten Augenblick an, wenn du sie siehst. Werde ich hingehen und sagen, Hi, na, wie geht's dir heute? Weil du nichts verkacken willst? Oder wirst du das Ganze mal flirtig machen und bereit sein, sie zu verlieren, indem du aneckst? Geht's schon los, wie Dominik gerade völlig richtig gesagt hat? In den ersten Augenblicken entscheidet sich meistens schon, okay, kann er mit ihr flirten oder sucht er nur Freundschaft, weil er sie nicht verlieren will? Na, dann wirst du auch nur Freundschaft bekommen, wenn du sie nicht verlieren willst. Das ist der Unterschied. Gerade nochmal zum Schluss. Eine der wichtigsten Sachen, man reingehämmert, da hast du völlig recht, völlig recht, Dominik. Weh, 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 lörteranalyse.de Du weißt, was dich erwartet. Hol dir die Unabhängigkeit, hol dir die Fähigkeit, um Frauen zu verzaubern mit deiner authentischen Ausstrahlung. Wir zeigen dir, wie es geht. Wir geben dir den Leitfaden in diesem kostenlosen Analysegespräch. Und wenn du dir in den nächsten Tagen noch einen Termin holst, dann werden wir uns noch persönlich sehen. Ich werde nämlich bald für einen kleinen, nicht lange, aber fünf bis sieben Tage werde ich in Urlaub fahren. Da werde ich mal meinen Rechner nicht mitnehmen. Und deswegen, bewirb dich jetzt, dann werden wir uns vielleicht jetzt noch sehen in den kommenden Tagen. Also, mein Lieber, ich freue mich drauf, fahr vorsichtig, wie immer und hab einen wunderschönen Start in die Woche. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.